Musik Er greift mich an der Jacke jetzt. Eins, zwei, einfach hier festhalten und mit der Hand greifen oder das, oder das machen, ihr könnt euch sogar schützen. Und ihr drückt jetzt die Hand richtig fest gegen eure Brust und seid hier. Okay? Und schlagen. Danke. Oder von hier aus. Ich halte mich. Eine andere Möglichkeit mehr. Ich habe eine Jacke packt. Und hier. Schnapp den. Schnapp den hier. Meine Schulter. Ich löse eine Wange. Bang. Das ist wieder Lager. Das ist Stopp. Der hier in den Nacken geht. Also ich ziehe hier zu mir. Jetzt kann ich hier mit der Hand greifen oder ich gehe wieder mit dem Arm hier drüber. In der Form. Und falten zusammen. Okay? Und wieder hin. Und das ist eins. Das. Und hier sein. Zumachen. Das war die eine Technik. Die andere Technik. Ich mache was völlig widersinnig ist. Normal wäre der Gegner weg. Aber von mir. Jetzt ziehen zu mir. Ich gehe hier drüber und habe den Arm immer noch komplett unter Kontrolle. Er kann nicht abziehen. Ich steige durch. Und hier. Halt ihn im Nacken. Mach das vorsichtig. Könnte in der Nacken verletzen. Okay? Könnt ihr mal probieren. Viel Spaß. Das kann alles mögliche sein. Sorry. Nochmal Stopp. Das können Taschenlampe sein. Eingefanderte Telskopschlagstock. Ausgefanderte Telskopschlagstock. Keine Ahnung. Kugelschreiber. Kugelschirm. 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 Schraubeschlüssel. Großer Schraubezieher. Einfach benutzt. Ja. Ich meine. Schraubezieher können wir ja zustechen. Aber. Ich will ja nicht mal gleich Leute umbringen. Okay? Ja. Okay. Probiert. Viel Spaß. Ja. Ja.